Mein Name ist Konstantin Schuck. Ich bin Inhaber der Firma Autodienst Schuck in Obern-Jesa. Wenn in Ihrer Autobatterie auch so wenig Leben drin ist wie in dieser, kommen Sie zu uns nach Obern-Jesa. Wir können Ihnen weiterhelfen. Alle gängigen Größen haben wir belagert und alle speziellen Größen können wir auch sehr kurzfristig beschaffen. Wir sind ausgerüstet, die Batterien zu testen und auch Start-Stop-Batterien anzulernen. Bei Autodienst Schuck in Obern-Jesa.